Forderst du deinen Körper? Fordere deinen Körper oder er fordert dich. Wenn du deinen Körper forderst, wird er stark, widerstandsfähig und du wirst sehr viel Freude mit deinem Körper haben. Fordere ihn, kräftige und dehne ihn. Wenn du ihn nicht forderst, dann wird er dich fordern, indem er anfällig und schwach wird, dass es überall weh tut und dass es anstrengend und mühsam wird. Also fordere deinen Körper oder er fordert dich. Forderst du deinen Körper?